Hallihallo liebe Leute, hier ist PlatinTrackin92, heute mit Super Mario Boss 2. Ich spiele die Super Mario Allstars Version davon und ich hoffe ihr werdet noch ein bisschen Spaß haben, wenn ich an und zu mal am Fällen bin. Aber ich werde mein Bestes geben, um auch neuen Leben zu erreichen. Aber es kann manchmal passieren, dass die nicht immer hundertprozentig klappt. Aber ich werde mein Bestes geben. Na dann steigen wir mal ein in das Spielgeschehen und na dann los. Natürlich geht es bei dem Spiel auch nur um Münzen. Und Kirschen. What the fuck? Also ich habe bei dem Spiel schon viel rausgefunden. Ich weiß wie lange der Stern hält, also ungefähr 8 Sekunden. Ich habe es extra so gemacht. Ah. Danke. Aber ich kann mich auch wieder heilen. Das ist alles nicht so schlimm. Oh ja. Und bald wird auch die Version mit den Super Nintendo... Äh. Ach. Tönnis. Mann. Warum packst du den Gegner nicht an, ey? Du Idiot. Taktis. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Zelda und so. Ist alles zu schwer. Ich bin ja eher für das hier. Taktis. Rufe. Und dann weiter. Ganz schön. Ah. Daher geht es. Es geht's. Ich bin ja schon. Daher geht es. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Und wieder zurück, und wieder einmal in die Kamera. Und dann rein. Ich bin ja schon. Und dann wieder ein paar Mal. Und dann bin ich. Und die Brazilian. Oh. Mist, zu früh. Ich wollte beinahe sagen, es hätte auch gut funktionieren können. Ich dachte, der wäre jetzt aus dem Ruder gekommen. Jetzt auf einmal kommt der auf die Seite. So, es gibt zwei neben. Okay, weiter geht's. So, dann lasst es Lalo. So, dann lasst es Lalo. So, dann lasst es Lalo. So, dann lasst es. Geht aber noch gut aus. So, dann lasst es Lalo. So, dann lasst es Lalo. Das hätte wohl gedacht. Nein! Aua! Ach, Luigi, nehmt die doch an. Idiot! So, dann lasst es Lalo. So. 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 Oh. So. So. Ich denke mal, ich soll mir vielleicht mehr als die Sherry nehmen, als Schorker. Ich denke mal, die 7 soll ich vielleicht eher als Anfang nehmen, glaube ich. Okay, den muss ich mitnehmen. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! So, Leute, ich mache jetzt den ersten Cut. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und ich bin auf eure Kommentare, auf eure Likes gespannt. Schickt mir meinen Kanal ein Abo, das würde mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Super Mario Boss 2 All Stars. Bis dann! Bye! 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 Bye!